Gehenbleiben! Er ist wieder da. Gehenbleiben! Er ist schon wieder mitten im Getümmel. Mit noch mehr Witz. Oh, verzeihen Sie bitte. Noch mehr Spaß an der Liebe. Wie ist der denn nun weg? Keine Ahnung, er schlägt immer noch auf dem Fußboden. Mit noch mehr Action. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Ich will Sie nicht aufhalten. Ich will nur vorbei. Was? Von all denen gibt's noch mehr. Hallo, Sue. Nein, nein, mach keine Schwierigkeiten, Kleine. Nur steig in den Baden. Mick, hör zu, es ist sehr wichtig. Ich hab ziemlichen Ärger am Hals. Wenn du das vermasselst, ist deine Kleine tot. Mick! Und was geschieht jetzt? Als erstes nehmen wir Sie bei den Schutzhaft. Vielleicht können Sie Sie beschützen. Ich kann es ganz sicher. Aber nicht hier, irgendwo, wo ich ihn kommuniziere. Sei vorsichtig. Das ist kein Spiel. Na, für mich schon. Warte, Palak. Nein, Kumpel. Was hat er gesagt? Er will wissen, ob wir die Männer essen dürfen. Millionen haben sich über den ersten Teil amüsiert. Ich will sie in der Hand drücken. Was glauben Sie, was alles im Zweiten passiert? Weißt du, wer das war? Wer? Krüter Eichstuhl. Krüter Eichstuhl für Kangerlis. Paul Holden ist Michael J. Crocodile Dundee. Was meinst du, mit deiner Chancen stehen, mit diesem Jäckchen hier wieder rauszukommen? Besser als für alle anderen. In Crocodile Dundee 2. Vielen Dank.